Diese Androhung von, dass jemand zu sagt, mach das nicht, ansonsten gibt es hier Klassenkloppe, alle so. Wenn du dich mal in die Person in dir reinversetzt, die sagt, warte mal, stopp mit dem ganzen Käse, höre ich jetzt mal auf, also mit den Gedanken von, oh, ich bin allein, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht, ich habe keine Wirkung. Ich bin nicht mächtig, doch, der Einzelne ist mächtig. Wir müssen uns nur irgendwann auch, wir müssen den nächsten Schritt machen, uns damit zu verbinden und das meine ich, ich kenne genug Leute, die nicht so denken, die nicht diese schrägen, abgefahrenen Gedanken haben und wir retten jetzt irgendein Klima, zu dem es da gewisse Vorstellungen von so vielen Seiten gibt und so weiter und so fort. Also du merkst, da gibt es spannende Themen, die ich einfach aufbereiten werde, wozu ich dir gerne, ja, wozu ich dir einfach gerne meine Ansichten erzählen möchte und merke so, das ist wichtig. Es gibt diese Stimmen, die müssen gehört werden, weil wir sonst in einen Wahn verfallen. Genau. Ja, das ist so ein Bereich, den ich da abdecken möchte. Ja, das ist so ein Bereich, den ich da abdecken möchte.